Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich The Lord of the Ring. Viel Spaß! Willkommen zur Saison 2. Die zweite Saison hat begonnen. Ich habe verstanden. Ich muss mir schon wieder was Neues raussuchen. Ackmar hatte ich glaube schon mal gespielt. Die Runen habe ich als erstes gespielt. Das weiß ich noch. Rohan hatte ich gespielt. Die Menschen. Ereborn, das waren die Zwerge. Die Elfen. Die habe ich auch schon mal gespielt. Die habe ich auch schon mal gespielt. Mordor. Gondor habe ich auch schon mal gespielt. Oder? Doch, ich glaube den habe ich auch schon gespielt. Ich spiele mal die Lindon. Ich glaube die habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Isengard. Die habe ich noch nicht. So. Isengard. Die weiße Hand. Ich habe noch nicht gespielt. Ich habe noch mal gespielt. Ich habe noch kurz was Zeit. Vielleicht das Spiel aber wieder von neu anfangen. Ah, mein Handy ist aus. Nein! Da kann mich ja keiner anrufen. Ich habe noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht gespielt. Wie soll mein Ring aussehen? Hallo? 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 Es ist da. Wir sind ja Menschen, wie ekelig ist das de? Eine böse Fraktion. Das Bruch, das Rote Bruch. Das Bruch, das Bruch, das Bruch. Okay. Einfordern. 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 Das ist Nummer 1 bei Saison 1. Okay. Okay. Oh, da. Shit. Weiter. 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 Okay. 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 Da ist noch etwas, okay, ach immer noch, oh shit, hier ist noch etwas, tauschen, okay, hier ist etwas, bla bla bla, was ist das für mich? Oh. Oh. Ich höre es, blau, grün, rot. Ah. Oh. Es ist bald vorbei. Letzte Frage. Oh. Letzte Frage. Er hat zwei Punkte Versprung. Er hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch 25% richtig. Ich habe nur gedrückt. Dann haben wir noch hier etwas. Na, da geht er hier gar nicht weiter. Was ist das? Warte. Perfekt. Das war perfekt. Ah, okay. Sabin. Perfekt. Das ist ja easy, das Spiel. Es wird schwieriger. Ich habe gedrückt. Der ist noch weiter höher gegangen. Gut zu wissen. War zu viel. Ich habe gleich gedrückt, wo er losgegangen ist. Das war schon zu viel. Übung macht den Meister. Normal. Okay. Perfekt. Oh, 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 oh. Das wäre nicht. Übung macht den Meister. Okay. Nochmal. Oh, das wird schwer. Bäm. Macht Spaß. Das spiel ich heute den ganzen Tag jetzt. Da fahre ich mit denen an. Muss ich. Ah, zu wenig. Nicht. Überhaupt macht den Meister. Wie viel Versuch hat man eigentlich? Kann man das den ganzen Tag spielen? Oh, schon wieder so knapp beieinander. Nein. Daneben gedrückt. Okay. Okay. Speed. Let me see. Okay. 3 perfekt also es kommt haben nicht schnell sein gekostet pass auf jetzt kommt bestimmt unterschiedlich schnell eingießen eingießen bestimmt noch das ist noch eine sekunde warten müssen wer bestellt sich so ein bier mit so bisschen bier drin hat war nur eine sekunde unterschied noch nicht war ein drei okay nach der reihe ok 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 ein bisschen zu viel nochmal ok der ganz links ach zu wenig los jetzt das scheint leicht zu sein zu wenig ich bin doch gleich fertig perfekt endlich endlich jawohl es seid euch gegönnt 13 ok oh cheat oh weia also das wäre besser mit Handy das Spiel jetzt weil so schnell kann es gleich mit der Maus reagieren alle falsch letzter Versuch da ist die Kamera so schief letzter Versuch ich möchte das ich schaffe dann ah der letzte hat nicht gepasst na gut ach ich denke mal die 10 Minuten sind bestimmt auch bei was macht der Ring oh ganz anders ok gut dann will ich mal sagen das war es für heute ich kann das Spiel leider jetzt gerade irgendwie nicht beenden betreten betreten dreimal gold nicht schlecht aber es auch noch schnell ne geht immer noch nicht alles einfordern gut dann beendet ich das Spiel und sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch mal nichts mehr dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf Wiedersehen лись tschüüüü bersih j a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020